Hallo und herzlich willkommen zu einem quasi kleinen Spiel. Ich werde hier immer Vampire Survivor spielen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich glaube, das wird auch nur eine Folge bleiben, aber mal sehen. Da, Vampire Survivor, press to start. Okay, vielleicht funktioniert es jetzt. Confirm, start. Wie geht das denn? Also man muss hier wohl überleben, dass hier einsammeln und halt überleben. Level up. Fire at Neos Empty. Also wichtig ist es ja immer diese Dinger hier einzusammeln. Jetzt am Anfang ist das hier noch einigermaßen easy. Okay, jetzt wird schon schwerer. Ich würde sagen, es ist wichtig, dass man sich nicht einkreisen lässt. Amen. Xu Guedes. Nee, nee, nee. Pfnau! Zau. Pfnau! 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 Ach du Scheiße. Das hat ja schon sehr gut geklappt hier alles. Wieso bleibe ich die ganze Zeit an dem Kackbaum hängen? Was ist das da oben? Die kommen jetzt auch von allen Seiten. Ja. Oh, fuck. Wow. Starke Leistung. Jetzt kommt nach Geister. Die. Okay. Okay. Hmm. gut was kriege ich Paste damage back food. Gibt es eigentlich auch irgendwie, dass ich schneller laufen kann? Ja, das ist eigentlich nicht so, dass ich jetzt auch noch mal erwarte. Toll, das war wieder so unnötig, das gerade einzusammeln. Ich dachte, ich laufe vorbei. Alter! Alter! Was geht denn jetzt hier ab? Was geht denn jetzt hier ab? Oh, fuck. Was geht denn jetzt hier ab? Ist das Level eigentlich unendlich groß? Was geht denn jetzt ab? Jetzt kommen die ganzen Blumen wieder. Also Messer, hier ist Wasser und die Peitsche. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Das ist ein Spiel, wo man wegbrennen muss. Ach du Scheiße! Was geht denn jetzt ab? 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 Ich könnte jetzt langsam mal wieder Leben gebrauchen. bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Toll, jetzt ist da oben eine Kiste. Ich glaube, das war es jetzt gleich. Ach du Scheiße! So, und wofür brauche ich jetzt hier... Wofür brauche ich denn jetzt hier dieses Geld? Wofür brauche ich denn jetzt hier das Geld? Anlocken. Aber ich spiele mit dem. Also. Läuft ja wieder gut hier. Ja klar ey! Okay. 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 Also eben war das irgendwie besser, der Start. Also eben war das irgendwie besser, der Start. Also ich bin gerade mega kacke, weil ich überhaupt keinen Schaden mache. Ich würde sagen, das ist eine schnelle Runde. Aber was willst du machen, wenn du 0 Schaden machst? Weil du hast ja überhaupt keine Chance aufzuleveln. Okay, das ist jetzt nicht viel besser hier. Das ist jetzt nicht viel besser hier. Das ist jetzt nicht viel besser hier. So, jetzt schlage ich auch mal wieder in beide Richtungen. Aber es bringt mir nichts, weil ich eh kein Leben mehr habe. So, fast. So, jetzt schlage ich auch mal wieder in beide Richtungen. So, jetzt schlage ich auch mal wieder in beide Richtungen. So, jetzt schlage ich auch mal wieder in die Richtungen. So, jetzt schlage ich auch mal wieder in die Richtungen. bis jetzt habe ich ganze elf Münzen eingesammelt bis jetzt Da, ein bisschen Leben. Kannst nicht vergessen. Ja gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht mache ich noch eine zweite Folge mal sehen. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schau. Bis zum nächsten Mal.